hallo liebe fußballfreunde willkommen auf wenn das fußball ecke heute habe ich wieder ein champions league quiz für euch und zwar heute müsst ihr raten welcher von zwei spielern die meisten dribblings pro spiel hat saison 20 21 dann viel spaß so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und geht mal auf meinen Fußballkanal. Da habt ihr noch über 200 Fußballquizvideos. Und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Bis dann. Tschüss.